Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch ziemlich genau die Erinnerungen an die Tage, als die ganzen Hausdurchsuchungen im Chaosumfeld stattgefunden haben. Und es hat mich ganz schön erschrocken. Ich für meinen Teil hätte nicht gewusst, was ich eigentlich tun soll, wenn auf einmal die Polizei bei mir vor der Hausdurchsuchung steht. Und damit wir alle bald mehr wissen darüber, wie wir uns richtig zu verhalten haben, nicht nur was unser Verhalten widerspiegeln soll, sondern auch was unsere Rechte während einer Hausdurchsuchung sind, haben sich Christine mit dem Beistand einer der Anwältin und Jens Kubizil als geschädigter, quasi zusammengetan. Bei ihm wurde morgens um sechs geklingelt und die Polizei stand vor der Haustür. Und wie man sich eigentlich richtig verhält, weiß man eben nie. Deswegen haben sie sich gesagt, wir machen hier einen Talk über die... Ich habe den Text vergessen. Sorry. Das ist das Gute am 35 C3. Man weiß immer, dass ihr nett seid. Danke. Genau. Wie man sich richtig auf der Bühne verhält, lerne ich auch noch. Aber ihr lernt heute erstmal, was wir euch richtig verhalten, wenn ihr eine Hausdurchsuchung habt. Und ich bitte euch nochmal auf einen richtig großenartigen Applaus für Jens und für Christine, die uns heute darüber was berichten werden. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, Letty. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Verhalten bei Hausdurchsuchung. Letty hat es schon gesagt, ich hatte das etwas traurige Vergnügen, eine Hausdurchsuchung zu leben und hatte aber das große Glück, Christine an meiner Seite zu haben, die mich sozusagen gut durch das Abenteuer geführt hat. Und ja, wir wollen hier euch ein paar Hinweise geben. Wir haben uns überlegt, dass wir so die großen Züge im Laufe des Vortrages ein bisschen erzählen. Allerdings gibt es sehr viele Randbedingungen. Und wir haben gesagt, dass wir am Ende relativ viel Platz auch für Fragen lassen. Das heißt, wenn ihr dann Fragen habt, stellt die am Ende. Und dann können wir auch konkret nochmal auf individuelle Fragen mit eingehen. Also versuchen wir jetzt erstmal so drei Abschnitte das Ganze zu besprechen. Und ja, es gab ja nicht nur bei uns, also nicht nur bei den Zwiebelfreunden, Hausdurchsuchung, sondern auch im größeren Gasumfeld gab es in diesem Jahr einige Durchsuchungen. Und ja, auch gerade dadurch, dass wir als Zwiebelfreunde auch mit an die Presse gegangen sind, ihr kennt vielleicht dieses legendäre Bild der Atombombe. Also Moritz wurde ja leider als Beschuldigter festgenommen, weil er an einer Sprengstoff-Explosion geplant hatte mit der 3D-Bombe da oben. Ja, und dann gab es halt auch diverse Fragen, was man jetzt tun kann. Und deswegen haben Christine und ich überlegt, darauf ein bisschen einzugehen. Und wir haben es halt so ein bisschen gegliedert, dass wir gesagt haben, was ist eigentlich vor der Durchsuchung notwendig? Also im besten Falle sollte quasi jeder den ersten Schritt hier im Saal absolvieren. Und danach passieren die Schritte 2 und 3 nicht. Im schlimmsten Fall kann aber auch der Schritt 2 und 3 passieren. Und die Vorbereitung hilft dann halt entsprechend ein bisschen darauf. Und für mich sozusagen, das Wichtige ist ja wirklich auch so, die Vorbereitung hat sich auch bei mir gezeigt, dass ich in einigen Fällen zwar ein bisschen eine Idee hatte, aber bei mir war es auch so, dass wir als Zeugen in dem Verfahren gelandet sind und ich auch im Laufe des Verfahrens gelernt habe, dass ich als Zeuge ganz andere Rechte habe und auch eine ganz andere Stellung habe als Beschuldigter. Und ja, darauf will ich auch ein bisschen eingehen. Der erste Schritt aus meiner Sicht ist, dass ihr euch zunächst erstmal irgendwo einen Anwalt besorgt. Also ihr sollt irgendwo Kontaktdaten zum Anwalt oder einer Anwältin besorgen. Besittenkarten werden dann hier verteilt. Also das ist wirklich wichtig. Sucht euch ein oder mehrere Anwälte raus und lagert die irgendwo zentral. Also entweder zentral an eurer Wohnung oder auch im Hackspace, im RFA, in eurer Organisation, Vereinsraum, lagert ihr an einer zentralen Stelle, wo jeder quasi Zugriff drauf hat und im Notfall auch schnell die Nummern abrufen kann. Und hier rechts in den Folien seht ihr diesen Sticker vom Chaoticom, der auch an verschiedenen Hackspaces verteilt worden ist. Auch wer von euch die Datenschleuder bekommt, wird das als Beilage mit dabei haben. Und auch hier findet ihr so einen schönen Eintrag für Telefonnummer von Anwälten. Und das ist sozusagen Grundbedingung Nummer eins. Weil wenn da ein Notfall eintritt, braucht ihr dort einen Ansprechpartner. Dann ein vergleichsweise trivialer Rat würde ich sagen, hier in den Kreisen ist halt dennoch, ihr braucht ein Backup. Und zwar ein Backup, ein funktionierendes Restore und auch Backups, die irgendwo außerhalb der eigenen vier Wände lagern. Also jeder, der sich sozusagen Gedanken um funktionierende IT macht oder vielleicht eine IT-Sicherheit macht, kennt das. Das ist quasi so eine Winzenweisheit. Nichtsdestotrotz will ich das nochmal betonen, macht das und lagert die halt außerhalb der eigenen vier Wände. Ein bisschen nachdenken müsst ihr halt, wo das lagert. Also irgendwie in der Cloud, wo immer das ist. Bei Freunden, bei Bekannten, bei Eltern. Also gerade sozusagen in physischen anderen Locations kann es ja durchaus auch sein, dass die Beamten auf die Idee kommen, auch dort Durchsuchungen zu machen. Also versuche dann auch ein bisschen weiterzudenken, wenn das bei Freunden lagert, bei Bekannten, die vielleicht auch nah an euch sind, an Beschuldigung, dann kann es durchaus auch sein, dass auch die Leute mit dann Gegenstand einer Durchsuchung sind. Auf der anderen Seite sage ich mir auch immer, wenn ich das bei meinem besten Freund lagere, mein Backup, dann irgendwann tritt aus meiner Sicht so ein Effekt ein, dass man sagt, okay, dem vertraue ich, kenne ich lange Jahre, muss ich das Backup nicht verschlüsseln. Und ach, der guckt eh nicht drauf und so weiter. Also das kann durchaus sein, dass es auch so einen psychologischen Effekt gibt, dass man sozusagen auch seine eigene Security ein bisschen vernachlässigt. Deswegen würde ich auch solche Backups durchaus auch bei Leuten lagern, denen man nicht unbedingt so vertraut, damit einfach so ein bisschen Awareness hier da ist, auch ein bisschen Sicherheit da zu machen. Was in unserem Fall auch passiert ist, dass die Polizei gesagt, also in dem Beschluss stand, sie sollen die Spenderdaten beschlagnahmen von dem Jahr 2017, also von Januar 2018 bis Juni 2018. Was sie gemacht haben, sie haben den Schrank aufgemacht oder aufmachen lassen und haben quasi alle Vereinsunterlagen mitgenommen. Das heißt, wir waren als Verein zunächst erstmal ohne jegliche Papierunterlagen da. Also auch sozusagen an das Thema Papier-Backup solltet ihr auch mitdenken. Natürlich das Thema Upsec, das wird heute auch in einem anderen Vordergrund nochmal eine Rolle spielen. Ich hatte es schon gesagt, Verschlüsselung, Binsenweisheit, auch so das Thema Logdateien. Überlegt mal bitte, wenn ihr so an eure Spaces denkt, loggt ihr vielleicht, wer sich in euer WLAN anmeldet, loggt ihr auch irgendwelche anderen Daten. Was macht ihr mit den Daten, braucht ihr die, solltet ihr nicht die besser vernichten. Also auch da geht man sehr kritisch durch eure IT durch. Dann so eine schöne Frage ist, dann sollte man seine Geräte beschriften. Ist ja durchaus so, wenn man im Hackspace jetzt ist, macht man ein Label drauf, der Laptop gehört Kubi, der Laptop gehört Christine und dann kann man die Hoffnung haben, wenn dann jemals die Polizisten vor der Tür stehen, dann nehmen die halt nur meine Laptops mit und Christin, es bleibt mir liegen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Christine? Wir hatten ja diese Diskussion darüber. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, wenn ich meinen Namen auf etwas draufschreibe, dann ist es auch eineindeutig zuordnenbar. Das heißt, man kann sich nicht mehr darauf zurückziehen mit, sie haben 15 Laptops mitgenommen aus einem Raum, den 40 Leute benutzen. Wenn sie die nicht zuordnen können, dann ist die Verwertung halt schwierig. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, das muss man sich halt einfach überlegen, ob man das möchte. Natürlich ist die Sicherheit für die Nichtbetroffenen dann möglicherweise da, dass sie sagen, wir nehmen das nicht mit. Manchmal ist die normative Kraft das faktisch eine andere und sie sagen, wir vertrauen ihnen nicht. Sie haben das ja selber beschriftet, wir nehmen trotzdem alles mit. Kommt halt drauf an. Genau. Also auch in unserem Fall war es so, dass der Laptop meines Sohnes mitgefunden worden ist und mein Sohn hatte glücklicherweise irgendwie mit so schönen bunten Buchstaben seinen Namen drauf gemacht und das Einzige, was sie hier gemacht haben, sie musste dann anmachen und die haben gesehen, es gibt quasi einen Login, der auch diesem Außennamen entsprach und dann durfte ihn gleich wieder einstecken. Also da hat es vielleicht funktioniert, aber eben das, was du sagst, kann also auch durchaus andere Probleme aufwerfen. Aber er ist dann halt erst mal an, ne? Er ist auch an. Ich meine, gut, in dem Arbeiten-Laptop gab es jetzt nicht so viel da wegzunehmen oder zu auszulesen, auch wenn er weg gewesen wäre. Dann fragen mich auch immer wieder Leute, wie lief denn diese Durchsuchung bei euch ab? In welchen Räumen war denn die Polizei? Also zum Beispiel, die Polizei hat bei uns ins Kinderzimmer reingeschaut, hat da eben diesen bewussten Laptop gesehen und das war es. Und da lag noch ein anderer Laptop, der ist nie irgendwie gefunden worden, auch nicht nachgesucht worden. Die Beter sind nicht durchsucht worden. Jetzt könnte man dann auf die Idee kommen, okay, mit dem Wissen, wenn die nicht ins Bad gehen, dann lege ich halt irgendwie meinen Surverschrank ins Bad rein, irgendwo unter die Dusche versteckt oder so. Kann man machen. Allerdings hatte ich auch dann durchaus diversen Kontakt zu verschiedenen Justizbeamten und deren Aussage war, dass es auf der einen Seite, wenn sie generell nach elektronischen Gegenständen suchen, dann versuchen sie sozusagen, letztlich alles mitzunehmen, was sie finden. Aber es gibt auch durchaus den Fall, dass sie sagen, wir versuchen eine SSD-Platte mit so und so viel Gigabyte Festplattenkapazität und von dem Hersteller, dann suchen die halt die Wohnung so lange durch, bis die die Festplatte gefunden haben. Und das kann halt auch nicht nur zu verrückten Gegenständen führen, sondern auch mal durch auf der Zeit zackte Wände und Ähnliches, oder? Ja, ja, also ich beschäftige mich ja eher damit, was haben sie bei meinen Mandanten gefunden und will gar nicht wissen, was sie nicht gefunden haben. Aber ich kenne das zum Beispiel aus so Sachen, aus so Terrorverfahren gegen Nazis, wo ich in der Nebenklage war, also das Telefon unter der Herdplatte, also unter dem Herd irgendwie zu verstecken und dann klingelt es oder der Wecker geht los, dann finden sie es halt trotzdem. Meine Erfahrung als Anwältin ist aber, wenn sie etwas suchen, dann drehen sie dort halt jeden Stein um. Also ich glaube, dass das Verstecken nichts bringt. Außer, dass es halt irgendwie zu einer immensen Verschlechterung des Durchsuchungsklimas nochmal führt. Gut, kann einem auch, wie man dazu steht, manchen Leuten ist das ja auch egal. Ja, also das Thema ist weit. Ich verweise hier mal auf diesen Vortrag. Du kannst alles hacken, darfst dich noch nicht erwischen lassen. Ich hoffe, dass da auch einige mehr Hinweise mit gegeben werden. Das wird jetzt auch zu weit führen, wenn wir das noch vertiefen. Wichtig ist aber der Punkt, ihr solltet eure Rechte kennen. Also geht nie unvorbereitet in der Hausdurchsuchung. Und da, wie gesagt, es ist die Frage für mich, welche Rechte habe ich als Beschuldigter und welche Rechte habe ich als Zeuge. Da kannst du vermutlich ganz viel sagen. Ja, also man könnte das natürlich abendführend gestalten. Wir versuchen das so ein bisschen im Kurzabriss zu machen, haben wir uns geeinigt. Nochmal zu dem kleinen Einschub zu den Telefonnummern. Fragt die Anwältinnen und Anwälte aber nach ihren Handynummern. Also, weil die Büronummer einen morgens bei der Hausdurchsuchung um vier in den Sommermonaten relativ wenig bringt, außer, dass der Anwalt große Panik ausbricht, wenn er dann den Anrufbeantworter abhört. Und noch eins vornweg, warum das auch so wichtig ist, diese Rechte zu kennen. Denn wir als Anwältinnen und Anwälte nehmen, also gerade im politischen Bereich, nehmen gerade wahr, dass es keine so hohen Schwellen mehr gibt, Hausdurchsuchungen zu machen. Es kann tatsächlich heute jeden und jede treffen. Also, ob man ein Spendenkonto hat als Verein und nur Zeuge ist, man ist ja nicht mal selbst Beschuldigter, also hat sich eigentlich erst mal nichts zu Schulden kommen lassen, könnte eigentlich ganz unbeschwert durchs Leben gehen, hat dann trotzdem die Hausdurchsuchung, ob das ein Posting von einer Versammlung ist, wo eine YPG-Fahne drauf ist, die hier auch zumindest als kritisch eingestuft werden und ein Ermittlungsverfahren wegen Unterstützung oder Zeigen von Symbolen einer ausländischen terroristischen Vereinigung ist. Auch das hatten wir in Thüringen. Da ist wegen einem Facebook-Bild sind Abgeordnetenbüros durchsucht worden. Das sind also Grenzen, die verschwimmen und zwar nach unten, dass Hausdurchsuchungen immer wahrscheinlicher und immer inflationärer benutzt werden. Als Beschuldigte hat man noch die meisten Rechte. Das wäre jetzt nicht schlimmer gewesen in der Situation an sich. Ihr habt als Beschuldigte und Beschuldigte immer die Möglichkeit, euch in jeder Situation des Strafverfahrens gegen euch von einem Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Das heißt, grundsätzlich habt ihr auch das Recht, zu der Durchsuchung einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen oder eine Rechtsanwältin. Das heißt, anrufen kommt vorbei. Da kommt es natürlich auf den einzelnen Beamten oder die einzelne Beamtin an, wie sehr sie diese Rechte gewahrt haben wollen. Also wir kennen Situationen, da sagen die, alles klar, wir gucken, dass der Beschuldigte oder die Beschuldigte in unserer Sichtweite, also dass sie nichts verstecken können, aber wir warten auf den Anwalt oder die Anwältin. Es gibt aber auch Kollegen, die haben die Erfahrung gemacht, dass sie nicht mal in die Wohnung reingelassen worden sind, als sie vor Ort waren. Also auch da kommt es auf die, sage ich jetzt mal, Rechtsstaatlichkeit des einzelnen handelnden Beamten an. Es gibt das Recht dazu, einen unabhängigen Zeugen hinzuzuziehen. Das heißt, eine Person, die nicht beschuldigt oder Zeuge in diesem Verfahren ist, wegen dem durchsucht wird, die aber diese Durchsuchung mit beobachtet. Meistens bringen die einen unabhängigen Zeugen mit. Das heißt, da ist dann jemand da vom Ordnungsamt oder vom Landratsamt oder vom Verbraucherschutz, hatten wir auch schon. Das ist kein unabhängiger Zeuge, wenn die den selber mitbringen. Ich hatte mal, ich habe mal jemanden vertreten bei einer Hausdurchsuchung, da kam die Staatsanwaltschaft Dresden in Form des LKA Dresden, hat geguckt, wie unsere Mandanten so wohnen. Die hatten dann einen ganz unabhängigen Rechtsreferendar aus ihrer Behörde mit. Der hat danach nie wieder eine Hausdurchsuchung mitgemacht, glaube ich. Das war sehr unangenehm für den. Und was ganz wichtig ist als Beschuldigter oder Beschuldigter, man muss überhaupt nicht an seiner eigenen Strafverfolgung mitwirken. Das heißt, man muss nicht nur keine Aussage machen, sondern man muss sie doch nicht sagen, wo was ist. Man muss keine Laptops anmachen, man muss keine Passwörter eingeben, man muss keine Wischcodes für Handys oder keine Entsperrcodes für irgendetwas rausgeben und man muss sich mit denen auch nicht unterhalten, wozu ich und ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch immer raten würden. Selbst das Nebenbeigespräch auf dem Flur würde ich unterlassen. Als Zeuge ist es zwar auch so, dass man keine Aussageverpflichtung hat, neuerdings, nachdem die Strafprozessordnung ein bisschen regierer gehandhabt worden ist und viele Beschuldigten, aber auch Zeugenrechte beschnitten worden sind, muss man nur eine Aussage machen bei der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft, also wenn die Polizei beauftragt worden ist, von der Staatsanwaltschaft diese Vernehmung durchzuführen. Auch da würde ich dazu raten, nichts zu sagen, wenn es eine Hausdurchsuchung gibt als Zeuge. Aber man hat auch grundsätzlich erstmal keine Pflicht zur Herausgabe. Warum sage ich das? Es gab ein ganz aktuelles Beispiel, gerade in Thüringen, da ist bei einem Verein, der so Internet zur Verfügung stellt, in einem begrenzten Rahmen, also in begrenzten Örtlichkeit, da hat die Polizei angerufen und hat gesagt, so, und da gab es eine Straftat da in diesem Gebiet, und wir wollen jetzt mal die Logdaten von den Leuten, die sich da in ihr Internet eingeloggt haben. Und da ist natürlich die große Frage, muss ich das denn rausgeben? Die haben bei uns in der Kanzlei angerufen. Und nein, muss man nicht, solange die keinen Beschluss haben, ist es eine nette Frage von der Polizei, ob die jetzt nett formuliert ist, sei mal dahingestellt, die man immer noch mit nein beantworten kann. Also ohne Beschluss, ohne einen richterlichen Beschluss macht man überhaupt nichts. Da kommt es ja auch noch mal ein bisschen dazu. Und das sind die Grundregeln. Die gibt es auch in Broschüren, die man empfehlen kann. Also du hast ja gerade von einer geredet. Das war dieser Flyer, der jetzt gibt es. Genau. Ansonsten kann man sich auch immer bei Antirepressionsvereinigungen, wie zum Beispiel bei der Roten Hilfe oder sowas, da gibt es sowas auch. Genau. Und dann kommt es halt irgendwann zu diesem Punkt, dass es sechs Uhr morgens ist und es an der Tür klopft, klingelt und man sich fragt, was denn nun zu tun ist. Und auch hier aus meiner Sicht der wichtigste Rat ist erstmal Ruhe bewahren. Also wirklich bleibt ruhig. Es ist schwer, wenn in unserem Fall acht bis zehn Polizisten vor der Tür stehen, ruhig zu bleiben. Dennoch ist das ein wichtiger Rat. Denkt darüber nach, was könnt ihr machen, was sind eure Rechte. Und vor allen Dingen auch bleibt gewaltfrei. Also das ist auch wichtig. Also Übergriff gegen Polizeibeamte ist vielleicht wenig scherzhaft. Ist auch teuer. Ist auch richtig teuer gerade. Genau. Also das ist wirklich ein sehr wichtiger Hinweis. Und dann kann sich so ein Dialog abspielen wie hier, dass die Polizei nicht begrüßt. In unserem Fall war es auch so, dass sie noch vor der Tür standen, sie nicht direkt eingetreten, sondern haben geklingelt. Haben jetzt hingemäß gesagt, wir wollen rein. Und dann ist das, was Christine schon sagte, die Frage, wo ist denn der Beschluss? Also es muss irgendwie einen Untersuchungsbeschluss geben. Und den sollte man sich zeigen lassen. Kann man sich in Ruhe durchlesen. Irgendwann werden sie vielleicht nochmal nachdrückliche fragen, wir werden gerne rein. Aber man kann gerne eine Kopie bekommen. Also in unserem Fall war es so, dass sie eine Kopie hatten, also haben einfach die Kopie rübergereicht, aber auch in anderen Durchsuchungen fehlt ganz einfach schon mal eine Kopie. Also das ist nie alltäglich, dass das passiert. Dann habt eure Kopie, weil sie immer noch rein. Dann haben wir das, was Christine schon sagte, das ist die Frage nach dem unabhängigen Zeugen. In unserem Fall war es auch so, das Ordnungsamt, das jemanden gestellt hat, oder zwei Leute, die waren auch sehr, haben wir schlecht gelaunt an dem Tag. Warum auch immer, um sechs Uhr sollte man langsam wach sein. Ja, und irgendwann ist das auch geklärt und dann wollte es immer noch rein und dann sagt er nein. Also das ist auch etwas, was ich jetzt gelernt habe. Die Fragen natürlich nicht dürfen wir reinkommen? Und ich meine, man hat den Beschluss gesehen, sagt dann, okay, kommen Sie rein. Und an der Stelle sollte man aber nochmal sagen, nein, sie dürfen nicht reinkommen, aber sie haben einen Beschluss, also kommen sie rein. Es geht hier noch darum, in wie weit stimmt man den Maßnahmen zu? Und es ist auch dann so, die Fragen, dann dürfen wir in die Räume kommen, dürfen wir den Schrank aufmachen? Und all das wird dann später in Protokollen vermerkt. Also wenn ihr sagt, ja, natürlich dürfen sie in Raum kommen, natürlich dürfen den Schrank aufmachen, habt ihr quasi zugestimmt und das kann sich eventuell wieder etwas schlechter auswirken. Deswegen ist immer sinnvoll, nein, dürfen sie nicht, aber sie schon sagt, haltet einfach den Mund und sagt, machen sie ihre Arbeit, ich warte, bis sie fertig sind. Am Ende der Suchung, das werde ich auch später nochmal mit erwähnen, gibt es ein Sicherstellungsprotokoll und dort gibt es verschiedene Felder, die angekreuzt werden können und müssen und dort solltet ihr immer darauf achten, dass ihr den jeweiligen Maßnahmen nicht zugestimmt habt. Genau und dann spätestens an der Stelle eigentlich schon ein bisschen eher, solltet ihr euch an diesen Aushang erinnern und die Anwälte kontaktieren und jetzt kann es natürlich auch so sein, auch in unserem Fall war es so, dass die ganze Elektronik beschlagnahmt werden sollte, insbesondere auch die Handys, dann wird es natürlich auch schwer, da jemanden anzurufen. Was würdest du dann empfehlen, Christine, was machen wir dann? Auch da kommt es auch wieder darauf an, wie verhalten sich die Beamtinnen und Beamten. Ich habe schon Fälle erlebt, dann haben die einfach gesagt, naja, dann nehmen sie halt das Handy wieder und dann rufen sie ihren Anwalt oder ihre Anwältin an. Das ist, sagen wir mal, so semi-überlegt von Polizeibeamten, weil wie schnell ist dann ein Handy möglicherweise auch mal gelöscht, deswegen machen die das eigentlich nicht mehr, aber wenn man die Nummer hat, der Polizei zu sagen, sie haben alle Handys mit, ich darf mich in jeder Situation von einem Anwalt vertreten lassen, wenn sie mein Handy jetzt schon haben und ich keine Möglichkeit dazu habe, dann rufen sie meinen Anwalt oder meine Anwältin selber, also mir ist es selber auch schon ein paar Mal passiert, dass dann Beamte angerufen haben bei mir auf dem Handy und haben dann gesagt, der will sie gerne bei seiner Hausdurchsuchung dabei haben, das machen einige. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Polizeibeamte, denen das herzlich egal ist, was man da sagt und die sagen dann, ja, das ändert und wir sind ja auch hier gleich, also gleich ist dann immer so ein Begriff von ein bis acht Stunden, wir sind hier gleich weg, das schafft die oder der sowieso nicht mehr hierher, aber man sollte darauf bestehen und wenn das einem verweigert wird, das ganz, ganz genau dokumentieren, also sich auch aufschreiben, wann man den Beamten, also welche Uhrzeit man dem Beamten gesagt hat, man möchte jetzt einen Anwalt oder eine Anwältin dabei haben, wann sie ihnen das verweigert haben, wann man nochmal gefragt hat, wann man nochmal gefragt hat, wie lange die Durchsuchung gedauert hat, weil das kann einem alles in einem potenziell nachfolgenden Strafverfahren helfen, was, wenn ich das gleich ein, was ich noch nie erlebt habe, ist, dass Strafmitteln berücksichtigt wurde, der hat alles freiwillig herausgegeben, also diese Mehr, die man da auch manchmal zu hören kriegt, ja, seien sie doch kooperativ und das wird sich gut für sie auswirken, das ist mir noch nie passiert, das mag anderen Kolleginnen und Kollegen anders gegangen sein, mir nicht. Also auch an der Stelle, was ich auch hin und wieder von anderen höre, dass wenn Geräte beschlagnahmt werden und die hoffentlich verschlüsselt sind, gibt es also immer wieder den Spruch von den Polizeibeamten, geben sie uns das Passwort raus, wenn sie es nicht machen, dann geben wir es ans BKA, die haben das noch drei bis vier Tage eh ermittelt, also es lohnt sich für sie eh nicht. Also das habe ich von vielerlei Leuten auch gehört, es scheint wirklich sehr breit sozusagen als Druckmittel auch eingesetzt zu werden und allerdings, ich meine, ich weiß nicht, ob du so Erfahrungen in dem Bereich hast, aber was ich dann auch wieder höre, ist, dass verschlüsselte Geräte dann irgendwie mit traurigen Minen dann irgendwie nach Monaten oder Jahren zurückgegeben werden, weil auch das BKA irgendwie vielleicht die Zeit nicht hatte, die drei, vier Tage zu investieren oder so, keine Ahnung. Also es funktioniert, also die Fragen auch nur, weil es dauernd funktioniert, so wenn jeder sagen würde mit nein, ich gebe ihnen meinen Entsperrcode nicht, dann würden sie nicht fragen, dann würden sie es irgendwann lassen. Es funktioniert erstaunlich oft, also wo ich es immer sehe, wo es funktioniert, sind Nazis, die geben das dann gerne mal raus, aber meine Mandanten macht das generell nicht, verschlüsselte Geräte, ich habe ja letztes Jahr hier gesprochen zum Links-Unten-Verbot, ist auch der Stand nach einem Jahr, dass sie verschlüsselte Geräte nicht aufbekommen, so, das ist schon mal ganz gut, auf der anderen Seite, was sie natürlich knacken können, ist, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt bei Strafverfahren, wenn sie sagen, geben sie uns den Entsperrcode, sonst machen wir einen sehr, sehr teuren Vertrag mit Celebrite und die machen das dann auf, das habe ich jetzt auch schon gesehen, kostet, also hat in dem Fall von meinem Mandanten ein bisschen was über 2000 Euro gekostet, das war natürlich nicht verschlüsselt, das war nur gesperrt mit diesem, also das kriegen die halt dann auf, ich halte das, ich, es ist noch nicht irgendwie großartig behandelt, ich halte das für rechtswidrig, das an eine ausländische Firma und so zu geben, aber ja, dann ist es halt so, die 2000 Euro machen den Braten auch nicht mehr fett, wenn da eh ein richtig teures Strafverfahren droht, vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder Handy die Celebrite nicht aufkriegt. Genau, also Leute sind jetzt in eurer Wohnung, laufen durch die Wohnung und auch hier ist sinnvoll, auch die Beamten jeweils zu begleiten und zu gucken, was die machen, darum bitten, sagen, warten Sie bitte so lange mit der Dersuchung, bis ich jeweils immer dabei bin. Also in unserem Fall war es jetzt so, dass ich selbst gar nicht zu Hause war, sondern es war nur meine Frau und meine Kinder zu Hause. Kinder mussten zu der Zeit natürlich in Schule gehen, die waren schon sehr breit in der Wohnung verteilt, aber wenn ihr daran denkt, bitte die drum an, in der Regel funktioniert das auch, dass er die einfach begleitet und guckt, was machen die jeweils in der Wohnung. Und noch eine Frage, die mich häufig erreicht, sofern man noch ein Gerät zur Verfügung hat, was filmen kann, kann man die ganze Maßnahme mit filmen? Christine? Also ich kenne, also an das Filmen an sich, kenne ich jetzt erstmal keine Vorschrift, die das verbietet, auch wenn das Polizeibeamte sind, die sind ja nicht als Privatperson dort. Was man wohl nicht machen darf, ist es zu veröffentlichen. Aber es bietet sich, es kommt ja auch darauf an, will man tatsächlich die Polizeibeamten filmen oder nicht, es bietet sich auf jeden Fall an, wenn man die Möglichkeit hat, die Durchsuchung zu dokumentieren. Zum einen hat es den Sinn, dasselbe wie der Zeuge und die einen Raum nach mit anderen zu machen. Es gibt auch Hausdurchsuchungen, da schwärmt dann so ein Polizeibataillon ein und macht den Raum gleichzeitig, da verliert man natürlich den Überblick, aber die müssen es eigentlich nacheinander machen, sodass der Betroffene immer dabei sein kann und sehen kann, was wird da gerade aufgemacht. Das hat auch den Grund zu dokumentieren, wie sah es vorher aus, wie sah es hinterher aus und mal abgesehen von der Unordnung, die die in der Regel hinterlassen, gibt es ja manchmal auch Schäden. Und die möchte man vielleicht mal, wenn man dann das Glück hat, dass es als rechtswidrig angesehen wird, die Hausdurchsuchung mal ersetzt haben. Und dann wird man wohl dokumentieren dürfen, wer die Schrankwand jetzt auseinander gerubbt hat, sodass die Tür nicht mehr zugeht, etc. Veröffentlichen darf man es nicht. Genau, und das ich hatte es vorhin schon angesprochen, am Ende gibt es ein Sicherstellungsprotokoll, da sind dann alle Gegenstände oder sollten alle Gegenstände mit genannt sein, die beschlagnahmt worden sind, also und die sollten auch dort sehr genau dokumentiert sein, welche USB-Sticks, welche Geräte mit welcher Bezeichnung, etc. lest das wirklich genau durch, dass auch wirklich jedes einzelne Gerät dort genau bezeichnet ist und auch dieses Sicherstellungsprotokoll, guckt euch an, welche Kreuze sind gemacht worden und im schlimmsten Fall schreibt er irgendwie unten drunter nach der Maßnahme wurde widersprochen, aber es gibt in der Mitte so verschiedene Felder, die man ankreuzen kann, wo man ganz klar zum Ausdruck bringt, dass man hier auch widerspricht und die Zeit solltet ihr euch nehmen und das auch entsprechend mitmachen. Kleine Ergänzung zu diesen Protokollen, auch wenn das sehr aufwendig ist und wenn das dazu führt, dass die Leute länger in eurer Wohnung sind, als ihr sie da eigentlich haben wollt oder in eurem Hackspace oder in eurem Büro, die müssen das sehr genau dokumentieren, was sie mitnehmen. 15 USB-Sticks schwarz bringt euch im Zweifel überhaupt nichts, wenn, und so ein Beispiel machen wir nachher noch, kurz, was passiert nach der Durchsuchung, wenn dann doch irgendwann mal festgestellt wird, dass sie das hätten nicht mitnehmen dürfen und sie dann sagen wollen, wir wollen aber einen USB-Stick behalten, welcher das dann genau ist oder wie viele USB-Sticks sie überhaupt mitgenommen haben, wir hatten schon Hausdurchsuchung, da haben sie gesagt, eine Tüte voller USB-Sticks, also keine Ahnung, wer von euch weiß, wie viele USB-Sticks er zu Hause hat? Ja, keine Ahnung, genau, okay, vier, ja, aber weiß man dann, dass sie alle wieder zurückgegeben haben, also deswegen genau darauf achten und dann müssen sie halt den Hersteller und wenn dann sie irgendeine Nummer drauf ist, das dann halt mit aufschreiben, das wird lange dauern, aber das kann tatsächlich ziemlich wichtig sein irgendwann mal. Also in unserem Fall, als die dann fertig waren mit der Durchsuchung, haben die Beamten aus Bayern auch relativ viel Druck gemacht, dass sie jetzt endlich nach Hause wollen. kommen brauchen. Ja, genau. Und hier muss man wirklich sagen, glücklicherweise waren in dem Fall die Polizeibeamten aus Thüringen, die dann ein bisschen versucht haben, die Luft rauszunehmen und auch meiner Frau die Zeit zu geben, dass sie das alles machen kann. Das war in dem Fall vielleicht so ein Glücksumstand, aber die haben wirklich sehr viel Druck versucht auszuüben, dass sie jetzt losfahren wollen und das jetzt reicht und so weiter. Das war in dem Fall auch so. Die Durchsuchung ist vorbei. Du hattest schon angesprochen, aus meiner Sicht der erste Schritt ist hier ein Gedächtnisprotokoll anfertigen, was ist jetzt genau passiert, was ist zu welchem Zeitpunkt passiert, dokumentiert den Zustand der Wohnung, des Hackspace, eures Vereinshauses und insbesondere ist dann der Schritt gekommen, wo man auch mit der Anwältin oder dem Anwalt die nächsten Schritte absprechen muss, weil ihr könnt dann verschiedene Maßnahmen einleiten. Wir können dann so richtig zaubern, ja, nee, können wir nicht. Also das, was Anwältinnen und Anwälte dann meistens machen, ist erstmal fragen, wo sind die Sachen, das macht, ich mache so eine kleine Fortsetzung von dem Vortrag von letztem Jahr, das macht manchmal ganz viel Sinn, weil man dann zum Beispiel wie in dem Links-Unten-Verbot erfährt, die Sachen, die sind alle beim Verfassungsschutz, wo man sich dann fragt, was hat denn der damit zu tun oder sogar wie in unserem Fall sagen kann, das halten wir übrigens für rechtswidrig, jetzt gibt die wieder raus. Aber generell wollen ja Betroffene einfach ihre Sachen wieder haben. Also wenn man da steht und hat gar kein Handy mehr, hat gar keinen Rechner mehr, hat keinen Router mehr, nicht ein USB-Stick, sind das halt auch einfach extreme finanzielle Belastungen, wenn man das zum Beispiel für die Arbeit wieder braucht, also macht man so ein Herausgabeverlangen. Das macht manchmal, da kann man sich drüber unterhalten, will man diese Geräte dann irgendwie wieder nutzen, ja oder nein, aber das macht manchmal relativ viel Sinn, Polizeibeamte und Beamtinnen darauf hinzuweisen, dass man diese Geräte auch spiegeln kann, wenn sie die Daten unbedingt haben wollen und nicht das Gerät, dann geben sie sie manchmal nach der Spiegelung relativ schnell wieder raus. Das auch interessanterweise in Thüringen ist das Standardverfahren, also wenn Zeugen durchsucht werden und Sachen beschlagnahmt werden, werden die Festplatten gespiegelt und die Hardware innerhalb von ein, zwei Tagen angeblich zurückgegeben, so zumindest die Aussage der Polizei. Die bayerischen Beamten haben gesagt, nee, von uns kriegst den Rechner so schnell nicht wieder. Also das war sozusagen hier auch zwei völlig verschiedene Handhabungen des Ganzen. Genau, das, was wir aber dann als Anwältinnen und Anwälte in der Regel machen, ist, wir legen dann Rechtsmittel gegen diese Beschlüsse ein. Also entweder legen wir Beschwerde dagegen ein oder sagen, wir wollen festgestellt haben, dass es rechtswidrig ist und dann fangen diese Mühlen der Justiz an zu malen. Es gibt dann dieses Beispiel, wovon ja auch Jens betroffen war, dass wir da der Ermittlenden dem Gericht, was den Beschluss ausgestellt hat, gesagt haben, wir halten den für rechtswidrig, das Gericht, was den ausgestellt hat und auch die Staatsanwaltschaft, die den erwürgt hat, hat was gesagt, nö, ist völlig in Ordnung. Also wohl bemerkt, die Dienstein, die über den Durchsuchungsbeschluss entschieden hat, hat auch über die Beschwerde entschieden und ist zufälligerweise zum Schluss gekommen, nee, das war in Ordnung, was ich da gemacht habe. Das ist aber immer so, ne? Die Fehlerkultur in der Justiz, in eigenen Sachen, die man selber, die ist nicht besonders ausgeprägt. Wir müssen uns aber nochmal hier euren Fall ins Gedächtnis rufen. Das heißt, wir haben Unbekannte, die betreiben eine Homepage oder zwei Homepages und da hat man den Verdacht, dass da öffentlich zu Straftaten aufgerufen würde oder zu Straftaten angelitten wurden wäre, indem man auf diesen Internetseiten zu Straftaten gegen einen geplanten AfD-Aufmarsch in Augsburg am 30. 6. aufgerufen hätte. Man hätte zu Farbangriffen Steinwürfen, getarnten Nagelbrettern auf der Straße und in Brandsetzung von Autos aufgerufen und es seien Privatadressen von AfD-Politikern und Büros veröffentlicht worden. Soweit alles, ja, da gibt es einen Anfangsverdacht für eine Straftat, okay, dann ermitteln sie. Und dann war auf einer der Seiten eine E-Mail-Adresse angegeben, die auf riseup.net endete und dann schaute man sich die Seite von riseup an und sagte, oh, da muss man ja gar nichts bezahlen, wie bei, keine Ahnung, hier irgendeinen kommerziellen Web-Anbieter angeben. Und dann ist man bei riseup Networks darauf gekommen, es gibt ein Spendenkonto und das liegt bei den Zwiebelfreunden. Und deswegen durchsucht man die, weil man vermutet hat, dass man bei diesem Verein die Daten der Leute findet, die dorthin spenden und unter denen könnten die Täter sein. Das heißt, man hätte auch eigentlich, ich sage es jetzt mal ganz salopp, man hätte auch einfach jeden Bäcker in Augsburg irgendwie überwachen können, weil es könnte ja sein, dass die Täter morgens sich Frühstücksbrötchen kaufen und dann in diesen Bäcker reinkommen. Und da hat ein Gericht gesagt, als denen das angetragen worden ist von der Staatsanwaltschaft, klar, geht mal rein und durchsucht das. Und dieses Gericht hat wieder gesagt, wir finden das auch völlig in Ordnung, was ihr Anwälte da alles schreibt mit besonders grundgesetzlich geschützter Raum, die Wohnung und so, das ist, ja, ja, das mag ja alles sein, aber hier nicht, weil ganz schlimme Straftaten. Und dann hat das Landgericht München darüber entschieden und hat gesagt, das ist rechtswidrig, soweit so erfolgreich, Kosten müssen sie tragen, das wussten wir dann schon mal, also bleibt nichts an euch hängen, an den Anwaltskosten, aber der eigentliche Skandal an diesem ganzen Verfahren oder das Gute in diesem Beschluss ist, der nächste, hast du den auch noch? Ach ja doch, der steht da unten, die Maßnahmen können nicht mehr als von der Strafprozessordnung gedeckt angesehen werden. Ein Gericht, was sagt das? Eine Polizei, die es anregt, eine Staatsanwaltschaft, die diesen Antrag bei einem Gericht stellt und einem Richter oder einer Richterin, die es unterschreiben, bewegen sich außerhalb der Strafprozessordnung, das ist einer der heftigsten Klatschen, die ich jemals gesehen habe, wo jeder normale Mensch sagen würde, klar, kann ich verstehen, aber dass sie das tatsächlich mal zu Papier bringen, ist ein relatives Novum gewesen. worauf es sich auch immer ein bisschen lohnt, auch als Anwältin und Anwälte ein bisschen auf das Klein-Klein zu gucken. Es gab wenig Bewegungen im Links-Unten-Verbotsverfahren im letzten Jahr, aber es gab eine kleine Bewegung, denn die Durchsuchungsbeschlüsse sind als zu unbestimmt in ihre Beschlagnahmeanordnung. Ich habe letztes Jahr hier erzählt, die haben quasi alles mitgenommen, was zum Verein gehören könnte. Und bei einem Verein, eine Open Posting Plattform betreiben soll, ist quasi jedes Kabel, jeder USB-Stick, jeder Router, jedes Telefon, jeder Rechner. Und da hat das eine Gericht gesagt, nee, ihr könnt nicht einfach reinschreiben, jedes Speichermedium, was als Beweismittel in Betracht kommen könnte, ihr müsst es schon genauer bezeichnen, wie sie das hätten machen sollen, ist mir auch schleierhaft, aber so ist es nun mal, das war so ein kleiner Teilerfolg, den wir hatten, aber da wird es jetzt halt zum Beispiel total wichtig, wie viele USB-Sticks haben die eigentlich mitgenommen, weil wir streiten uns jetzt um jeden USB-Stick, ist der tatsächlich von der Beschlagnahmeanordnung, wenn es als Beweis mit in Betracht kommt, gedeckt, das machen dann die Anwälte, was Anwältinnen und Anwälte auch immer machen, ist, schaden sind wir noch gar nicht, ist, die Betroffenen davon abzuhalten, doch noch Passwörter rauszugeben, das habe ich ganz oft erlebt, dass man dann so einen Kostenvoranschlag macht und sagt, sie können uns entweder jetzt ihren Entsperrcode geben oder das wird sehr teuer in Größenordnung XY, wir als die Verteidigerinnen und Verteidiger, mit denen ich immer zusammen arbeite, wir verweigern das immer und auch das geht dann schneller, das ging noch nie schneller deswegen, aber es ging immer schlechter aus für die Mandanten. Jetzt kommen wir zu dem Schaden. Genau, die eingetretene Tür, die aufgesägte Wand, der rausgerissene Tresor, das kann man auch tun, man kann den Schaden geltend machen, also entweder wird es dann, was jetzt bei euch jetzt nicht der Fall war, direkt dann mit der verfahrensbeendigenden Verfügung ausgeschrieben, dass der Schaden zu erstatten sei, aber das ist natürlich total wichtig, dass die Leute, die von einer rechtswidrigen Maßnahme betroffen waren, nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben und das ist relativ erheblich, wenn sie einem die Haustür rausnehmen oder nur einen Schlüsseldienst holen müssen, also weil die 500 Euro, die will man ja dann doch irgendwie nicht bezahlen. Ja. Genau, und damit sind wir dann sozusagen erstmal durch, Schaden ist vielleicht ersetzt, vielleicht auch nicht und dann könnte man sagen, ist abgeschlossen. Was ich aus eigener Erfahrung sagen muss, das ist also auch für mich sozusagen pro Forma ist das Verfahren vielleicht abgeschlossen, aber auch heute habe ich noch sozusagen mit den Nachwirkungen zu kämpfen und das ist also durchaus ein Prozess, der noch lange Zeit dauern wird. Ja, und das war sozusagen das, was wir uns jetzt erstmal so als Vortrag ausgedacht haben und wir würden dann hier an die Fragen übergeben und versuchen die zu beantworten. Danke schon mal an Kubi und Christine Wir haben hier vorne die Mikrofone hinten in der Reihe gibt es auch noch Mikrofone da hinten ist irgendwo die Nummer fünf und hier auch noch mal zwei Mikrofon rein bitte stellt euch an die Mikrofone und stellt eure Fragen laut und deutlich und wenn ihr den Saal verlasst bitte seid leise damit wir die Q&A noch durchführen können Danke Der Signal Angel hat eine Frage aus dem Internet Ja nicht nur eine sondern viel aber bezüglich des Versteckens von Geräten machen die einen die Wand auf wenn die nach was speziell suchen weil sie irgendwie vermuten man hätte den eingemauert oder so soll ich sagen also ich Erfahrung man ist nicht bei jeder Hausdurchsuchung dabei die es irgendwie gibt aber ich würde sagen bei dem was ich schon erlebt habe sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt also ich habe es schon erlebt dass Wände aufgesägt worden sind um in einen dahinter liegenden Raum zu kommen obwohl da eine Tür war Ich habe ganz konkret auch mit Leuten aus Sachsen Anhalt gesprochen und die haben mir Wenn Sie vermuten in einem Wandstück ist was drin dann wird die Wand aufgehackt Danke für die Frage Ich würde die erste Frage an Mikro von zwei geben Wie ist das bei Wohngemeinschaften Hauptmieter Untermieter hat das irgendeinen Einfluss? Beliebtes Thema Auch da kommt es darauf an wie wie scharf die Beamtinnen und Beamten quasi sind Ich habe das schon erlebt dass Sie gesagt haben nein wir gehen nur in die Gemeinschaftsräume also Flur Küche oder wenn es noch ein Wohnzimmer gibt wo die Leute also Zutritt dazu haben und dann das Zimmer der betroffenen Person Ich habe es aber auch schon erlebt dass sie gesagt haben sie einfach mal runter geklinkt haben und gesagt haben ist gar nicht abgeschlossen dann kann der derjenige oder die jenige doch jederzeit da reingehen und dort Sachen verstecken das muss der eigentliche Gewahrsamseinhaber dieses Zimmers gar nicht mitbekommen deswegen gehen wir da jetzt trotzdem auch rein es kommt drauf an wenn es Sachen also eigentlich sollten sie nur die Zimmer durchsuchen wo tatsächlich Zugriff von der betroffenen Person drauf war aber da ist natürlich auch Interpretationsspielraum und ich fürchte die Gerichte werden das halten wenn man sich dagegen beschwert beziehungsweise haben wir schon gesagt das ist völlig in Ordnung wenn die Zimmer nicht abgeschlossen sind danke für die Frage ich würde die nächste Frage an das Mikrofon eins hier vorne geben also erstmal vielen Dank für die Präsentation fand ich sehr informativ vielen Dank wie sieht das aus mit man ist tatsächlich nicht da oder tut so als wäre man nicht da ist das ratsam so zu tun oder nicht also da kann ich sagen dass einer von unseren Durchsuchten der war zu dem Zeitpunkt im Urlaub und seine Wohnung ist trotzdem geöffnet worden also was gemacht worden ist ist ein Schlüsseldienst geholt worden der hat die Tür geöffnet worden die Wohnung wurde durchsucht und es wurde ihm eine nette Notiz in den Briefkasten gelegt dass er doch bitte seinen Schlüssel bei der Polizeidienststelle abholen kann weil er hat jetzt ein neues Schloss und sein alter Schlüssel passt nicht mehr und in der Wohnung verstecken also ich meine die durchsuchen die Wohnung die werden dich finden ja danke für die Frage ich würde dann die nächste Frage an das Mikrofon drei da hinten geben und bitte nah herankommen damit wir das alle hören das sollte nah genug sein danke er hat wohl in die Folie wo es hieß dass man fragen soll ob man in die Räume rein darf um die dabei zu beobachten wie sie die durchsuchen das klingt jetzt danach als dürften sie einem das verbieten ist es wirklich so dürfen die mir das wirklich verbieten weil das ist ja mein Raum also sie dürfen es dir nicht per se verbieten du hast ein Anwesenheitsrecht bei der Durchsuchung es sei denn du würdest die Maßnahme nachhaltig gefährden also keine Ahnung die stehen bei dir im Zimmer oder oder in deinem Arbeitszimmer und du fängst an Sachen aus dem Fenster zu werfen naja ja das klingt jetzt so ein bisschen lustig aber das ist alles auch schon mal passiert dann könnten sie natürlich sagen da behindert die Maßnahme wir bringen ihn jetzt weg also grundsätzlich nicht aber es gibt möglicherweise Anlässe die sie also die sie dazu bemächtigen würden dich da fernzuhalten im Zweifel eine Inhaftierung könnte auch dazu führen gut dann danke für die Frage und ich würde ich glaube da hinten an Mikrofon fünf ist auch jemand genau wunderbar dann gebe ich dir einfach mal das Wort genau was den Zugriff zu der Wohnung angeht ist ein Fuß in der Wohnungstür bereits die Erlaubnis die Wohnung zu betreten und inwieweit gilt keine Antwort als ja also schweigen ist nicht Zustimmung in dem Bereich nicht das kann man ganz oft so sehen aber schweigen ist per se da nicht Zustimmung und wenn ein Polizeibeamter den Fuß in die Tür stellt so dass du nur mit einem erhöhten Gewaltaufwand das wieder entfernen könntest ist es auch keine Zustimmung nur weil du ihm jetzt nicht versuchst die Tür irgendwie über den Fuß zurück zu zu ziehen also da muss tatsächlich eine Zustimmung sehr eindeutig konkludent sein also die Tür noch aufzureißen und zu sagen mit Milch oder Zucker den und die frage stellen wenn die maßnahme als rechtswidrig nachträglich eingestuft wird und dann der Polizeibeamte unter androhung von staatsgewalt in die räume wollte ist das dann diebstahl oder raub trotz rechtswidrigkeit dann machen wir weiter mit Mikrofon Nummer zwei da ist ja selten ein Sachverständiger dabei was ist denn wenn die Geräte verwechseln zum Beispiel die nehmen anstatt dem Access Point den Rauchmelder mit alle Netzwerkteile wegen Logdateien müssen mitgenommen werden und zum Beispiel auch Access Points wer hat da Zugriff gehabt inwiefern kann ich den Rauchmelder erklären dass das ein Rauchmelder ist also ich würde sagen du als Beschuldigter wenn sie dann Access ich bin ja so ein technischer genau wenn sie den mitnehmen wollen und sie fummeln da an deinem Rauchmelder rum dann würde ich halt sagen ich muss nicht an meiner eigenen Strafverfolgung mitwirken ich sage jetzt hier gar nichts dann nehmen sie den halt mit so ich fürchte spätestens das LKA oder das BKA wird sagen scheint ein Rauchmelder zu sein dann kann sein sie kommen nochmal mit aber du musst denen das nicht sagen dass sie da an dem Rauchmelder rumschrauben den Rauchmelder geben sie dir dann glaube ich zurück relativ freiwillig also habt viele Rauchmelder in eurer Wohnung der Signal Angel würde gerne noch eine Frage aus dem Internet stellen ja genau wenn die Polizei jetzt nicht nach den Locks zum Beispiel vom WLAN AP frage darf ich dann existierende Locks löschen bevor wenn es noch keinen Beschluss gibt oder mich entscheidend eine Lockpolis spontan zu ändern das ist jedem selbst überlassen wer darauf reagiert also wenn man natürlich also man müsste natürlich erstmal einschätzen sind das tatsächlich Beweismittel die ich da habe da kommt es darauf an wie viel sagt mir die Polizei was sie da haben wollen potenziell muss ich erstmal davon ausgehen es sind Beweismittel wenn ich die dann lösche dann könnte es natürlich sein dass ich Beweismittel vernichtet habe obwohl ich schon bösgläubig war also in dem Moment quasi wusste dass es Beweismittel sind das könnte möglicherweise zu Ärger führen man kann jetzt nicht zurück fragen ob es beantwortet ist ich höre die nächste Frage an mikrofon eins geben ja danke noch mal eine kurze Frage zu der haustür also ich lasse die zeugen jehovas nicht rein und auch nicht irgendwelche vertreter und um sechs Uhr morgens liege ich im Bett also ich habe jetzt mitgenommen ich würde liegen bleiben würde warten und ich riskiere dass der Schlüsseldienst kommt das gibt mir dann aber noch mal eine Stunde Es gibt tatsächlich Situationen zum Beispiel bei Gruppierungen die die Strafverfolgungsbehörden als extrem gefährlich einschätzen oder wo sie Annahmen haben dass in dem Moment wenn man klingeln würde und sagen würde hallo sie ist die Polizei wir haben Durchsuchungsbeschluss wir würden jetzt gerne reinkommen es zu einer Beweismittelvernichtung oder Unterdrückung kommen würde dann wird man relativ unsanft geweckt werden nämlich mit den Polizeibeamten im Schlafzimmer und die Haustür ist schon zerstört das schätzen die immer so ein bisschen selber ein wie sie da vorgehen also es ist nicht immer so dass die nett klingeln und fragen sondern manchmal machen sie halt auch die Tür mit diesem ganz großen Schlüssel namens Rammer auf Also nebenbei bemerkt war das auch der Plan bei uns in der Wohnung dass sie auch gesagt haben es steht zu vermuten dass dieser Typ da Beweismittel vernichtet es gibt viele Leute die haben an der Eingangstür so einen Notausschalter für die komplette Wohnung das heißt alle verschlüsselten Festplatten sind dann auch verschlüsselt und ursprünglicher Plan war insbesondere bei uns die Tür mit Ramme zu öffnen und mit diesen diversen Leuten rein zu marschieren und das ist aber dann wohl im Gespräch unter diesen diversen Beamten aufgeweist worden dass sie entschieden haben dann doch nur zu klingeln glücklicherweise wahrscheinlich haben die Thüringer Beamten gesagt ja toll den Ärger haben wir dann wie sieht das aus mit Firmen Laptops und Firmen wenn die bei hier zu Hause sind dürfen die mit nehmen wenn der Durchsuchungsbeschluss darauf lautet dass alle Speichermedien mitgenommen werden sollen auf die du Zugriff hast dann werden sie die auch mitnehmen ja ok dann sieht noch eine Frage aus dem Internet ja und zwar wenn die waren jetzt mit dem Argument Gefahrenverzug reinkommen und suchen wie kann ich mich da wehren also Gefahrenverzug meint in der Juristensprache und davon gehe ich das mal aus dass es gemeint Gefahrenverzug heißt sie haben keinen Durchsuchungsbeschluss das heißt es gibt keinen Staatsanwalt der einen Richter angerufen hat und gesagt hat wir wollen da jetzt rein weil diese Situation sind relativ selten weil sowohl zu den Wochentagen als auch in der Nachtzeit als auch am Wochenende gibt es immer Bereitschaftsrichter das heißt die können sich diesen Beschluss auch erst mal telefonisch abholen diese Situation wird es sehr selten geben das ist dann wirklich die die Nummer irgendwie von einem Raub den Beschuldigten verfolgt und der rennt in seine Wohnung und dann man direkt hinterher aber in der Regel gibt es diese Situation nicht das heißt wenn die Polizei sagt das machen wir hier Kraft unserer Wassersuppe weil Gefahr im Verzug dann einfach zu sagen holen Sie einen Beschluss es gibt Ermittlungsrichter es gibt Bereitschaftsermittlungsrichter das ist alles unproblematisch möglich machen Sie das jetzt einfach rufen Sie da an dann Mikrofon Nummer 5 ganz hinten ja in dem vorliegenden Fall da mehrere Leute außerhalb der Strafprozessordnung agiert weiß man ob es für solche Staatsanwälte und Richter irgendeine Form von Konsequenzen gibt oder machen die das jetzt immer so naja es gibt schon Straftatbestände wie Rechtsbeugung also wenn ein Richter tatsächlich einen Beschluss unterschreiben würde der offensichtlich rechtswidrig ist und er das tut sehenden Auges dann könnte man da eine Anzeige wegen Rechtsbeugung machen das funktioniert relativ selten also ich glaube dass es in der Sache was wir hier gerade auch vorgelesen haben wo Jens betroffen war es da keine Konsequenzen geben wird es sei dann irgendwie dienstrechtlicher Natur man wird versetzt weil man das irgendwie versemmelt hat und das irgendwie durch die Presse ging also zumindest bei der Staatsanwaltschaft das kann ich mir schon vorstellen aber in der Regel gibt es da keine strafrechtlichen Konsequenzen und ich und ich auch mal den Fehler gemacht nach während der Maßnahme mir mal in der Wikipedia die Seite der Staatsanwaltschaft Augsburg durchzulesen und also wenn er mal Zeit hat macht er es mal es ist also es scheint da keinerlei Konsequenzen zu geben wenn man so die Geschichte anguckt was da in der Vergangenheit so passiert ist also es ist eher erschreckend das zu lesen Mikrofon Nummer vier ja meine Frage ist wir haben ja natürlich alle unsere Rechner und unseren Server verschlüsselt aber natürlich muss man die auch manchmal benutzen und gerade ein Server ist ja oft auch eingeschaltet und da sind ja dann manchmal die die Keys auch im RAM gespeichert und welche Maßnahmen ergreift die Polizei um dann das vielleicht auszunutzen also bringen die dann großen Akku mit und tragen den Server im laufenden Betrieb raus oder haben die flüssigen Stickstoff und frieren irgendwie den RAM ein also gibt es da Erfahrungswerte wie war das bei euch und ja wie schützen wir uns jetzt dagegen dann würde ich sagen müssen wir uns alle irgendwie Erschütterungssensoren bauen die irgendwie gucken ob gerade das PC-Gehäuse geöffnet wurde und dann die Lux-Header löschen oder so ohne Luft holen vier Fragen in einer also was ich jetzt für uns konkret sagen muss es gab in unserer Wohnung einen Rechner der an war und den hätte man sozusagen auswerten können theoretisch aber die haben quasi meiner Frau die Chance gegeben einfach runter zu fahren und das hat sie halt gemacht in einem anderen Fall den ich kenne da hat der Beamte selbst den Ausschalter des Laptops gedrückt ob absichtlich oder unabsichtlich sei mir dahingestellt weiß wo die auch durchaus mit mehr Equipment ankommen und versuchen die Geräte die noch laufen einfach mitzunehmen und dann später auszuwerten oder vor Ort die Daten schon runter zu ziehen aber dann bringen die tatsächlich einen Beamten mit der von der IT Forensik kommt und dann machen die das vor Ort und dann werden die ein Teufel tun zu gucken dann stellen die sicher dass das Gerät sich nicht runter fährt mit was die natürlich kommen das sagen die einem vorher nicht deswegen wie man sich dagegen schützen kann möglichst alle Rechner ausmachen so wir brauchen es geht abteilen wenn Beamten jetzt einen nötigen zum Beispiel Passwörter Kennwörter rauszurücken oder Sachen einzugeben können dürfen die das dann verwerben also was wenn sie machen was sie wollen also ich würde sagen also die Frage ist ein bisschen merkwürdig gestellt weil was heißt nötigen sagen sie uns jetzt ihr Passwort oder wir tun ihnen weh also das wäre ja Folter also so muss man das ja mal sehen man muss kein also noch nicht noch haben wir kein Gesetz was jemandem verpflichtet ein Passwort rauszugeben noch haben wir diese Selbstbelastungsfreiheit und dazu gehört auch irgendwie Passwörter rauszugeben ich glaube dass man auf eine einfache Frage mitgeben sie bitte ihr Passwort ein immer gut mit nein antworten kann das heißt wo beginnt dann die Nötigung Folter ist hier verboten dann hat man natürlich diesen Fall von dem entführten Bankierssohn wo der Polizeipräsident den damals noch verdächtigen Entführer gesagt hat oder ihm irgendetwas angedroht hat würde er jetzt nicht irgendwie den Standort des Kindes rausgeben ich glaube dass kein Polizeibeamter so wahnsinnig ist und das tatsächlich tut und vielleicht das auch noch tut vor Kolleginnen und Kollegen ich glaube dass in dem normalen alltäglichen Praxis Gebrauch von Polizeibeamtinnen von Polizeibeamten keine derartige Nötigung vorkommen kann dass man da nicht standhaft bleiben kann Dann läuft jetzt leider die letzte Minute und nochmal eine kurze Frage beim Mikrofon Nummer zwei Ja nochmal von mir auch vielen Dank für diese sehr wichtigen praktischen Hinweise meine Frage geht in die Richtung mittelfristige Perspektiven wie schätzt ihr die Chancen ein dass wir in den nächsten anderthalb Legislaturperioden die Schutzhürden gegen Hausdurchsuchungen einerseits bei privaten Räumen andererseits bei öffentlichen geteilten Räumen wieder hoch bringen und wenn es Chancen gibt was brauchen wir dafür von der Gesamtgesellschaft und von der Parteienlandschaft dass es wahrscheinlicher wird Okay politischer Teil Ich glaube nicht dass es passieren wird in den nächsten anderthalb Legislaturperioden dass diese Hürden wieder hochgenommen werden sondern sie werden eher gesenkt werden wer sich heute AfD Gesetzes entwürfe die in den Bundestag eingebracht werden die sich jetzt gerade gegen Migrantinnen und Migranten richten die sich demnächst gegen Andersdenkende richten werden denen werden die Rechte beschnitten die werden durch ein Wording ausgegrenzt die werden aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen und denen werden die Rechte beschnitten und das wird irgendwann allen so gehen wenn man das irgendwann mal überhaupt in der Perspektive haben möchte dass es einen Grundstock an Rechtsstaatlichkeit und einen Schutz der Privatsphäre gibt dann werdet aktiv gegen die Polizeigesetze die die erste Form davon sind Werdet aktiv gegen die Beschneidung der Pressefreiheit wie es mit Links Unten passiert ist steht auf gegen Rassismus steht auf gegen gesellschaftliche Ausgrenzung von Migrantinnen und Migranten steht auf gegen die Diskriminierung von Minderheiten und macht diese Gesellschaft zu einer besseren Gesellschaft dass eine AfD überhaupt keine Chance hat sowas durchzudrücken dass es noch schlimmer wird danke dann danke noch mal für diesen großartigen Talk an Christine und an Kubi und bitte noch mal einen großen Applaus für sie Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017